so liebe sportsfreunde machen wir mal einen rettungswurf mal sehen wie es wird so wie beim letzten wagen ja genau ich habe in der werkstatt die andenken an ihnen gesehen keine abkürzung keine tricks er hat damals unsere rennen verfolgt und der kleine lucas wollte nur eins ein champion wie sein vater werden also er muss ja was standgab form ja alter falter wartet auch ein nettes fahrwerkskit auf den auswertigen rookie der mich am meisten beeindruckt da werden wir ja da was jetzt geht es los also normalerweise kann man ja den rennen kann doch verlieren wenn man die autos sieht aber auch geht mal zur sonne los jetzt beeindruckt mich jawohl schöne kurve das ist auf den ersten blick eine schöne strecke die kurve steile aber mit niedro geht es schon wirst du mal eine tanke kommen wir schon eine poppost unterwegs hören wunderschön und die pilote mit das hier wird spaß machen das macht jeden fall mehr spaß als solche enge runden große viele tanke stellen sind ja oder so wenn was hier noch die zweite runde bis sauberer form schön mit niedrück gedriftet einwandfrei ok nur ein fehler und ich ziehe vorbei du ziehst gleich vorbei oder du hängst 200 meter zurück zu verlieren jawohl dann legen wir noch die schnellere musik auf jawohl jetzt brauchen wir Beats hier aber auf jeden fall eine schöne strecke schöne breite straßen da kannst du schön lang heizen wunderbar letzte runde sehen ob es ein deck so schmeckt wie uns das schmeckt hier jawohl und schön im drift alter jawohl jetzt geht es um alles ja ja der vorteil ist da gibt es einen gegenverkehr wenn man das rennen so versauen könnte doch mal sehen wir noch wenn da noch mal eine schöne video sequenz kommt mal gucken naja alter ja ja haben wir noch ein bisschen verrissen gerade machen wir noch ein bisschen spannend gegen Ende der letzten neun prozent nach 500 meter dann kann der Typ verkaufen gehen und Nidro alter jawohl so easy going bitches ok ich bin beeindruckt gewinnt das nächste rennen und ihr winkt ein cooles Fahrwerkskit wir sind noch eins von abgeschlossen so so ok mal gucken was uns nächste oberleht ist ja ok ja 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 ja